Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind in der Level Challenge unterwegs. Give them the shimmy heißt unsere Aufgabe. Eine Einstern-Herausforderung. Wir sollen in 8 Spielzügen für mindestens 50 Yards laufen. Das geht gegen die Seattle Seahawks. So, wir sind hier im AT&T Stadium unterwegs. Wir führen mit 12 zu 10 gegen Seattle. Haben einen ersten und 10 an der eigenen 20-Yard-Linie. Sind im dritten Quarter 5 Minuten zu spielen. Und wie gesagt, mit unserer aktuellen Rushing Offense. Mit Sanders, den wir im Backfield sehen und Elliott. Gehe ich doch da mal vorsichtig optimistisch ran. Sanders im allerersten Versuch. Ein Juke-Move und schaut euch den Speed an. Touchdown Dallas Cowboys. Touchdown durch Perry Sanders. Der Typ ist der Oberhammer. Unfassbar. 18 zu 10. Da ist der eine Stern. Das kann so leicht gehen. Letztes Jahr war ja Kurt Warner der absolute Superstar. War interessant mit Kurt Warner als Quarterback. Als reiner Pocket Passer. Aber ein Barry Sanders hier als Running Back. Den schätze ich persönlich sogar noch mal eine Nummer mehr. Hat man auch gerade gesehen. Warum? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.